hallo zusammen herzlich willkommen zurück zu subnautica wir sind wieder auf der aurora ich habe eben mit meinen wassermelonen da im schiff echt massiv problemen bekommen ich habe eine kaputt gemacht wollte ich hier samen einpflanzen sind nur was die verdauungstrakte von lebensformen enthalten spuren vom menschlichen gewebe sehr schön hau ab da aber die mini mit so und ja da habe ich die meldung bekommen ja irgendwie keine ahnung änderungen im letzten update haben das inventar zum überquellen bekommen gemacht gebracht und die meldung kam irgendwie gleich 300 mal also er fing dann an hoch zu zählen das ist total buggy also nichts gegen die entwickler und das spiel aber das ist momentan das schlechteste update was sie jemals jemals rausgebracht hatten fand ich finde ich qualitativ ist es nicht cool ich habe nicht mehr wirklich viele erste hilfe packs schubkanonen fahren das können wir mitnehmen bringt ein bisschen okay noch ein log ist ja lustig ich hatte die schubkanone schon aber jetzt hat er erst irgendwie den pda eintrag freigeschaltet dann ist das daran gekoppelt anscheinend ich muss sehen dass ich hier heil reinkomme und das feuer komplett löschen bevor es hinter mir wieder angeht böse sache ja das wollten wir wollten scannen 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 hatte ich schon die ich habe labor abfall einmal und ich bin ein bisschen doof ich habe die ganzen großen sauerstoffflaschen mit das hätte ich mehr sparen können die hätte ich mal rauslassen können vorher die sauerstoffflaschen aber wir sammeln die ganzen pda's die fehlen mir natürlich auch noch oder wieder und dieses poster würde ich gerne mitnehmen und hier hinter waren nicht warum boom der erste hilfe packs hätte ich mich mehr mitnehmen sollen so ich HLCH ließ dieiegs manuale sammel die erst mal nur auf ich gucke mir dassты mal an wenn die auf deutsch sind wir mal gucken dass wir irgendwie damit weitermachen ich glaube die sauerstoffflasche sollte ich hier vielleicht gleich mal weg machen. Das ist nicht so cool, was ich hier habe. Das ist wirklich Platzverschwendung gerade. Das ist nicht so geil. Die Frage ist die, gehen wir jetzt direkt weiter oder? Na ja, komm, noch habe ich einen Platz. Mal schauen. Achso, jetzt müssen wir das wohl doch mal eben lesen, unser PDA, weil Daten-Downloads, Codes, 1806, 1454 könnte das sein. 1454. Jep, das war es. Eindrucksvoll sieht es immer noch aus. Ich glaube, hier konnte ich abkürzen. Das Flutlicht habe ich mir auch schon besorgt, genau. Gucken wir mal an die Kisten hier rein. Ja, Wasser ist immer gut. Vielleicht auch ein Erste-Hilfe-Pack, wäre jetzt ganz nett. Da habe ich ein bisschen wenig mitgenommen. Na gut, also verdursten werden wir nicht. Könnte ich auch direkt gleich mal nutzen eben. Und ja, ja, okay, das bringt mir aber auch nur Metall, ne? Nee. Aha. Ist ja lustig. Okay, ich habe die gesamte Cyclops gelernt, so am Stück und nicht die einzelnen Fragmente. Das habe ich nicht gemacht, deshalb kann ich die immer noch scannen. Das finde ich ja lustig. Na gut. Ist ja nicht das Schlechteste. War hier oben denn irgendwas Interessantes eigentlich für mich? Das war nur der schnelle Weg nach oben, ne? Ich glaube, dahinter lag nichts, ne? Ey! Warum hat er jetzt die Kiste genommen? Schwierig. Gut, gehen wir hier mal runter. Ein bisschen aufpassen, dass ich nicht getroffen werde. Und ich glaube, hier unten kommen auch gleich die ersten Kilogramm an. Da sind sie ja schon. Ja, erste Hilfe-Kids wäre nett gewesen, wenn ich da welche mitgenommen hätte. War jetzt vielleicht nicht so clever, dass ich das nicht gemacht habe. Moment, hier war was zum Einscannen gewesen. Habt ihr es gesehen? Hier war was zum Einscannen, meine ich. Oder nee, nur zum Öffnen. Ja gut, nochmal Wasser. Ich meine, ich hätte das Scanner-Signal hier irgendwo gesehen. So, Schweißgerät. Repair-Tool, da haben wir es. Jetzt setzen wir das mal. Ach, das war schon das Schweißgerät. Hey! So, dann geht die Tür auf. Dann wollen wir das mal schnell machen hier. So, was können wir hier scannen? Seemotten, fragt man. Ja, können wir trotzdem einscannen. Warum nicht? Na, okay, gut. Das hat mir jetzt doch nur Titan gebracht. Komisch, bei der Seemotte hat das funktioniert. Oh, ist ja schwierig, hier unter Wasser was zu entdecken, ne? Mehr war hier nicht zu holen, glaube ich. Dann mal hier raus. Und da lang. Boah, ist das schwierig, hier was zu sehen. Okay, Treibstoff. Moment, dann schmeißen wir den doch mal weg, oder? Rechte Maustaste fallen lassen. Und jetzt haben wir neun. Hey! Hey! Möchte nur auf Nummer sicher gehen. Ach, hier sind wir. Das ist gut. Dann werden wir das hier mal eben schnell schweißen. Das ist gut, dann ist das Strahlungsdings weg, weil das muss sowieso... Ich will ja nicht ewig diesen Strahlenschutzanzug tragen. Hier ist das Energieeffizienzmodul, was ich gesucht habe. Auch wichtig. Oh. Gucken, ob ich hier die kleinen Scheißerchen vielleicht gleich mal wieder propulschen kann. Dann erstmal außer Befecht setze, wenn ich sie dann sehe. Hier müssten ja noch welche sein. Ich glaube, der hinten hat hier was schwimmen sehen, eben. Bin mir gerade nicht sicher. Warum kann ich den denn nicht greifen? Boah, der Mensch, der hat da nicht zugelassen. Eigentlich war der, würde ich sagen, nahe noch dran. Naja, okay. Der wird schon nach nahe noch rankommen. Und dann habe ich ihn wahrscheinlich wieder am Arm. So, das wird mal eben schnell gemacht. Wie viele gibt es noch? Fünf Lags noch. Sauerstoff habe ich genug. Ich konnte schon wieder was einscannen. Ja, aber die Scheißerchen kann auf mich zukommen hier. Ich kann hier nicht, geht nicht. Lässt er nicht zu. Ich kann hier nicht, äh, greifen. Habe es sicherlich aber mit beiden Maustasten versucht. Normalerweise ist ja die rechte. So. Ja gut, solange sie mich nicht angreifen, ist alles im, äh, grünen Bereich, ne? Irgendwo gab es hier auch noch erste... Ja, da ist noch einer. Irgendwo gab es ja auch einen ersten Hilfekasten hier noch. Bisher aber noch keinen gefunden. Mit einem reinsergehen ist schon... Ach, nicht doch, ehrlich. Wo soll denn hier noch einer sein? Wo habe ich denn einen übersehen? Führen wir mal schneller. Na da. Na, na, na. Ich kann ihn nicht greifen. Geht nicht. Arsch. Hau ab. Geht hier noch nicht. Also entweder ist das auch ein Bug. So, auf der anderen Seite war ja nichts... ...drin. Ich glaube, das konnten wir uns hier alle sparen. Achso, das war mein Feuerlöscher. Okay. T-minus. 3. Days. 10. Hours. Dann haben wir hier Laser-Cutter brauchen wir. Mal gucken, ist das auch nur eine? Ist ja lustig aber, dass ich in der einen Basis, dass die dreimal da war, weil ich ja dreimal diesen Schlüssel bekommen habe, aber in den Wracks ist das Ding doch nur einmal die Tür. Komisch. Vielleicht haben sie ja auch nur bei einer Basis einen Fehler gemacht. Das kann ja auch sein. So, hier ist erstmal ein leckerer PDA und dann ist hier ein Erste-Hilfe-Kasten drin. Und dann können wir hier vielleicht noch die ein oder andere Sache scannen. Ne, hier ist nur noch ein PDA. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Habe ich die Bank denn schon? Die habe ich aber nicht gescannt. Kann man die von Haus aus, die Bank? Glaube ich gar nicht. Eine Batterie. Was macht bei einem Inventar? Oh, geht's so. Noch eine Batterie. Nochmal Wasser. Ah, können wir mitnehmen. Bevor wir es wegschmeißen. Können wir es auch erstmal mitnehmen. Und weiter. Jetzt müssten wir hier glaube ich in den großen Raum kommen. Äh, ja. Noch einmal Feuer hier. Na komm. Falsche Taste hier. Sicherheitshalber Überras löschen, bevor ich mich doch noch irgendwo verbrenne hier. Okay, das wird geschweißt wieder. Hm, hm, hm. Nein. Ah. Krams. So. Mach doch mal auf. Eben, die Prawnbucht. Sehr cool. Hier kommen wir ja sowieso nicht so richtig weiter. Aber den Anzug würde ich vielleicht doch einmal regulär scannen. Schlimmstenfalls kommt da Titan bei raus, was ich, äh, wegschmeißen werde dann. So, hier mussten wir die Kisten ein bisschen wegräumen. Ach so, ich habe keinen Strom mehr. Deshalb konnte ich den nicht mehr greifen. Okay, da habt ihr wahrscheinlich eben schon die ganze Aufnahme über gekreischt. Das habe ich an der Stelle nicht hinterfragt, ne, mit dem Strom. Ein bisschen doof, dass er auf die da steht. Ja, das ist das Spiel ein bisschen buggy hier, ne. Ah, jetzt aber. Oh, der verbraucht aber auch schnell Strom, ne. Was? Ey. Energiezelle. Wobei, die sollte ich vielleicht nicht mitnehmen, ne. Das wäre vielleicht nicht fair, weil ich habe ja hier schon mal so viel Energiezellen rausbekommen. Eigentlich wäre das nicht fair, dann will ich mich ja doppelt und dreifach hier dran bereichern. Eigentlich wäre das nicht fair. Ne, ich lasse die Energiezellen jetzt hier drin liegen. Die nehme ich nicht weiter mit, weil ich so wahnsinnig viele Batterien habe. Ich plündere das Schiff ja quasi das zweite Mal. Das finde ich nicht richtig. Ist jetzt auch kein Weltuntergang, wenn ich das mache, aber Ich finde es halt auch nicht korrekt. So, der kommt weg. Ich finde es schwierig, alle Feuer zu löschen. Ist so trivial, finde ich. Eine Stehtisch, schön schön. Hey. Jetzt reicht es aber. Na komm. Jetzt muss es aber mal gut sein hier mit Feuer. Weil das das ganze Deko-Equipment hätte ich schon ganz gerne, wenn man den Verkaufsautomaten jetzt noch benutzen könnte. Wäre das natürlich auch cool. So, das nehmen wir natürlich mit. Das Poster nehmen wir mit. Ähm, den Feuerlöscher nehmen wir auch mit. Hier ging es nicht weiter. Na nu. Was? Ach hier. Ach echt? Okay. Ein Einzelwandregal. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal gar nicht gescannt, oder? Ich glaube mal nicht. So, und ich frage mich natürlich auch, ob sie dann jetzt hier mit der letzten Tür, die dann hier aufging, mal irgendwas gemacht haben, oder nicht. Die beiden gingen nicht auf. Gut, dann gehen wir hier mal weiter. Hier gab es aber Sachen, glaube ich, zum Aufnehmen. Die Bank. Ach, jetzt kann ich sie scannen, aber da in dem Wasser konnte ich sie nicht scannen. Das ist ja auch merkwürdig, oder? Komm, hinterlasst mir doch mal ein Medipack hier. Das würde ich jetzt gut gebrauchen können. Ich nehme, wie gesagt, die PDAs nehme ich einfach erst mal nur mit. So, was schmeißen wir jetzt zuerst weg? Wir haben gesagt, wir wollen uns nicht an den Energiezellen großartig verliehen. Das war eine, nicht vielleicht auch meine. Ich schmeiße das Titan mal weg. Das brauche ich nun nicht wirklich. Na, dann müssen wir uns mal in den Reihen kämpfen hier. Eine Sporttasche. Da habe ich ja schon eine. Und die nimmt mir gerade zu viel Platz weg. Dass ich da jetzt vielleicht keine, obwohl doch, pass auf, das machen wir, fehlt ihm noch eine Sporttasche mit. Jetzt ist die Inventar voll. Ich könnte ja zwischendurch mal eben wieder zurückgehen. Ich glaube, da habe ich mir schon mal die Mühe gemacht und was gelöscht. Und es hat überhaupt nichts gebracht. Ah je, Erste-Hilfe-Pack. Das nehmen wir gleich mal direkt ein. Sehr schön. Und sonst liegt hier nichts. Ja, ich weiß noch Batterien, aber da habe ich eben eine klare Ansage dazu gemacht. Die nehme ich jetzt doch gerade nicht mit. Hier war ich drin, ne? So, ähm... Nee, das war 22.11. Nein. Dann wollen wir mal kurz gucken. Was gibt es denn hier noch für Codes? Codes, Suite Offer, 1869, 1869. Hier war ja diese kleine Love Story. Eine Mütze. Ah, okay. Jetzt ist es doof, weil in den Tag voll ist. Das wäre so der Augenblick, wo ich, äh... Mal eben zurückgehe. Wir lehre das. Mein Inventar. Und jetzt fällt mir erst auf das... Hm. Okay, ich habe gesagt, wir machen die Folge länger. Dann schneide ich jetzt mal eben ein wenig. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe hier oben noch ein Plakat abgeholt. Und, ähm... Ich springe jetzt hier gerade nur mal rein, um den Weg nochmal zu zeigen, zu diesem kleinen Geheimgang, den vielleicht manche noch nicht gesehen haben. Den habe ich ja selber durch einen Zuschauer-Tipp bekommen. Äh... Nee. Moment. Ich habe mich verschwommen. Achso, da geht es hoch. So, hier geht es nämlich noch weiter. Und man muss ein bisschen aufpassen, weil hier auch, äh... Feuer und so ist. Vielleicht hat sich hier unten irgendwas getan. Achso, ja. Da gibt es ja noch einen Daten-Download hier. Sehr schön. Aurora ist auf Collision Force mit Bannett 4-5-4-6-B. Sending all available environmental data. Please find survival solution. A-L-T-E-R-R-A-H-Q-T plus A-T-A. To any survivors of the Starship Aurora. If you're hearing this, we will do everything in our power to get you home. A rescue mission would take years to reach you out there, but we think we've got a better solution. A-L-T-E-R-A-R-A-H-Q-T plus A-T-A. We received your environmental data and we've sent you a blueprint for a specially designed ship we think we'll be capable of breaking orbit and getting you back to the nearest phase gate. We calculate that you can find the requisite materials in situ. We'll be short to static. T-plus-8 hours. Communications relay offline. Okay. Ich konnte es auch schlecht verstehen, deshalb habe ich eben extra auch mal nichts geredet an der Stelle. Wie er vielleicht mitgekommen hat, haben die gesagt, dass sie uns ein Blueprint schicken. Lab-Access. Dass wir uns ein Blueprint schicken, dass wir uns selber ein Fahrzeug oder eine Rakete oder sowas bauen können, dass wir mit dem wir den Orbit verlassen können. Und letztendlich wird es ja auch noch so implanted werden im Spiel, dass man wirklich von diesem Planeten wieder runterkommt. Es wird also in diesem Survival so ein Ende geben. Wirst du wohl ausgehen. So. Und ja, cool. Da bin ich gespannt. Das wird ja eins der letzten Updates werden. Und das ist ja dann die Rocket Base, die man sich da machen kann. Ja, komm. Geht auch weg. So. Da haben wir den zweiten Ausgang hier. Ach so. Energiequelle wechseln. Machen wir doch mal eben weg mit dir. Und ach komm, du kannst da bleiben. So. Okay. Was finden wir in dieser Kiste da? Dann würde ich ganz gerne mal reingucken. Batterien lasse ich weg. Ach Wasser. Oh ja, gut. Wasser kann man nicht nehmen. Wasser ist immer gut. Dann gehen wir nochmal in das Labor rein. Da gab es nämlich bestimmt noch einiges zu scannen an Glasern und sowas. Da oben kommen wir nicht hin. Das hatten wir, glaube ich, schon mal versucht. So. Lab Access. Wie war denn da der Code jetzt? Lab Access ist 6483. 648. Gar nicht so einfach im Schwimmen. Das sind wir jetzt auch eine Sauerstoffflasche zu Hause gelassen. Oder eher gesagt im Schiff gelassen, weil das war mir zu viel hier. So lange Tauchgänge mache ich ja nicht. Aufnehmen, Laborausrüstung. Den haben wir schon. Den bin ich. Was ist denn? Ist eine Kamera oben drauf, oder nicht? Von kann ich den ja nicht scannen. So was doofes. Ja gut. Dann gehört er auch nicht zum Porn-Suit. Kann ich das A aufnehmen? Ja, kann ich. Den Laborbehälter. Den nicht. Nur die hier. Den auch nicht. Wie jetzt hier nur einmal. Den kann ich aufnehmen. Na, den Runden. Aber hier nur einmal. Wie geizig. Wie Inventar voll. Echt? Scheiße, sind die groß. Okay. Auch das bringe ich nochmal eben schnell zurück. Das kann ich auch ohne euch machen. Dann bis gleich. Und da sind wir. Jetzt kann ich mich die anderen doch aufnehmen. Dann nehme ich ruhig mal die doppelte Laborausrüstung auf. Ich glaube gar nicht, dass hier noch so wahnsinnig viel ist. Sonst ging der Aurora. Die Tür geht jetzt auch auf. Jetzt können wir hier zurück. Ich glaube, wir haben die sind jetzt auch durch. Oder? Ich glaube, wir haben die durch, die Aurora. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe jetzt nichts Nennenswertes mehr vergessen. Dann mal hier hin zurück. Durch den Gang. Hier runter wieder. Waren hier sonst noch andere Räume? Ich glaube nicht. Nein, da muss ich jetzt nicht unbedingt durch. Ne, da oben die Leiter kommen wir ja gar nicht hoch. Das Problem hatten wir ja schon mal, glaube ich. Da oben war auch nichts, glaube ich. Hier in der Ecke habe ich mich, glaube ich, nur unnötig verbrannt. Ich glaube, das waren alle Räume mit dem Lab-Access. Das war das Letzte, was uns noch fehlte. Die Tür wird hier, glaube ich, nie aufgehen. Na, können Sie sich die Musik nicht entscheiden? Ne. Ich glaube, das war alles in der Aurora. Dann haben wir sie ja durch. Wow. Krass. In einer Folge. Auch wenn sie ein bisschen länger war. Dann haben wir ja alles rausgeholt. Was wir holen wollten. Ich glaube, ich glaube, ich. Ja, klar. Nochmal zum Abschied, ne? Komm, ich mache einen Gabelstapler nach dir. Ja, noch einmal verbrennen zum Abschied. Ich glaube, das war's. Sonst ist hier, glaube ich, nicht. Ich meine, das war ja reichlich. Und wo man hier das erste Mal drin ist, dann kann man sich durchaus länger damit aufhalten. Warum nehme ich jetzt eigentlich diesen super langen Weg anstatt den kurzen? Naja. Ach, weil ich gucken wollte, ob hier oben nicht noch was ist. Ja, was wir jetzt noch machen können, ist hier die Kisten auf den Rückweg looten. Mal gucken. Ein paar Sachen mitnehmen. Alles außer Batterien würde ich vielleicht ganz gerne an mich nehmen. wie Erste-Hilfe-Kasten. Allein für den Aufwand, den ich nicht gehabt habe, mit dem Neustart hier. Ne, ich habe nur gesagt, ich bleibe ehrlich. Ich hole mir nicht doppelt und dreifache Power-Sales raus. Ähm. Wo geht's denn hier? Ja. Ich weiß, ich kann da auch runterspringen. Aber hier waren noch Kisten, die ich halt gerne mitnehmen möchte. Und ich habe ja Ladegerät und sowas. Habe ich ja alles schon. Ne, machen wir nicht. Ne, machen wir nicht. So, bevor jetzt nochmal die Frage kommt, wieso nimmst du die Batterien nicht mit? Weil ich schon mal die Aurora gelootet habe. Und weil ich das schon ein bisschen als Cheaten ansehen würde, wenn ich jetzt auf die Art und Weise einfach mal die doppelte Anzahl an Batterien rausnehmen würde. Ja Gott, es ist auch kein Meinbruch, sag ich mal. Kann man machen. Okay. Irgendwann hat jetzt plötzlich den Lautstärkeregler wieder für sich entdeckt. Ja, ich weiß. Die Erste-Hilfe-Kästen, aber die erlaube ich mir einfach mal zu plündern. Du kommst mal her. Und du gehst mal weg. Nix da. Lass mich in Ruhe. So. Dann haben wir den Ausflug ja auch erfolgreich hinter uns gebracht. Ein paar Sachen zum Einscannen gefunden. Kuscheltiere und alles. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Ansonsten bitte ich um Hinweis. Dann muss ich da echt nochmal rein. Das mache ich dann am besten so auch offline. Ja, dann fahre ich mal langsam zurück zu meiner Basis. Und verabschiede mich für diese Folge mit unbekannter Länge. Ich schätze mal, wir dümpeln jetzt gerade irgendwo so weit 30 Minuten oder 32 vielleicht rum. Irgendwo zwischen 28 und 32 Minuten. Das macht aber nichts. So, dann haben wir das auch geschafft. Und zwar gemeinsam sogar. Das war für mich auch ganz anernehmen. Energieimpulsquelle. Das kann doch nur die Insel sein, oder? Das kann doch nur... Da haben sie die Precursor Gun wahrscheinlich noch eingeschaltet. Gehe ich von aus. Wenigstens losst die mich jetzt nach Hause. Das kann eigentlich nur die Precursor Gun sein, die ja gerade nicht drin ist. Gut, okay. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.